Schnell, in diesem Video sind 10.000 Crows versteckt, finde sie alle und schreib es mir in die Kommentare und du kriegst eine Google Play Karte im Wert von 63 Milliarden Euro und 75 Cent. Ne, jetzt mal ehrlich Leute, schreibt mir einfach mit Zeitergabe in die Kommentare, wie viele Crows du hier in diesem Video gesehen hast und weiteres klären wir dann in den nächsten Videos auch und schreibt noch rein, was ihr gerne haben wollt, also PSN und so weiter. Und damit würde ich sagen, viel Glück euch und Like, Abo, Glocke und viel Spaß mit dem Video. Und damit ein Jojojo PocketArmy, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Anal. Hier spielen Leute wieder Bra 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 Brawl Stars und ja Leute, der gute Bedo hat letztlich ein Video gemacht, wo ihr fremden Clans gejoint ist und ich dachte mir mal so, hey, macht das Ganze doch auch mal. Und deswegen würde ich sagen, verlassen wir erstmal unseren eigenen Clan, muss ich da jetzt irgendwie dann befördern. Übrigens Leute, ihr könnt auch gerne joinen. Ich werde zwar gleich einen anderen Clan gründen, den ich aber genauso nennen werde, also kommt gerne rein, falls ihr wollt. Dann drücken wir mal auf verlassen und jetzt passiert was? Ich bin draußen und ich habe keine Ahnung, wer jetzt Anführer ist. Na moin Leute. Okay Leute, ich glaube, ich war bis jetzt noch nie in einem anderen Club außer in meinem eigenen und in Stans Club. Deswegen würde ich sagen, suchen wir hier mal Stannianer. Also ich denke mal, das ist wahrscheinlich der echte. Okay, ist aber leider kein Platz frei. Dann würde ich sagen, ich kann ja vielleicht Bardors Club joinen. Der müsste, glaube ich, Team Bador heißen. Wieso werden eigentlich immer zuerst die kleinen Clans angezeigt? Gibt überhaupt keinen Sinn, hier sind 100 Leute drin. Ist aber nur ein Fanclan, okay. Team Bador, Team Bador, Team Bador. Ach so, das war zusammengeschrieben. Ist das der hier? Ja, okay, ist wieder voll. Ist ein bisschen doof, Leute. Dann würde ich sagen, dann schaue ich mal, welche Clubs ihr in die Kommentare geschrieben habt. Und vielleicht kann ich ja auch da den einen oder anderen nicen joinen. Ist mir egal, Brawles. Das ist sowieso scheiße. Sehr nister Kommentar, by the way. Dann würde ich sagen, es gab jetzt leider keinen richtig witzigen Namen. Deswegen joinen wir hier mal der guten TikTok Community. So, hier gibt es drei Clans, okay. Im ersten sind zehn drin. Offizieller Community-Clan von Brawlplayer. Wer das auch immer ist, joinen wir mal hier in der Hoffnung, dass hier irgendwer online ist. Hier haben auch schon sehr viele verlassen, wie das aussieht. Und es ist gerade leider keine online, würde ich sagen. Verlassen wir auch schon wieder. Ach, aber Leute. Stan hat doch immer sowas wie abonniert Stanplay geschrieben. Dann würde ich sagen, machen wir das doch auch mal nur mit Pocket Gamer eben. Also abonniert Pocket Gamer Doppelpunkt P und dann verlassen wir auch wieder. Theoretisch könnte ich ja damit auch ein paar Abos machen, jetzt mal ehrlich. Wenn ich da jetzt tausend Clubs joinen würde, dann würde sicherlich irgendeiner meinen Kanal auschecken. Aber hier sind 14 Mitglieder online, die Dark sucht dies. Dann treten wir hier mal bei. Und was schreiben wir denn? Wir schreiben hier mal Hi. Oh, da hat auch schon sofort eine geantwortet. Ähm, was hat er jetzt noch geschrieben? Hi. Oh Leute, sehr aktiver Club by the way. Also kommt in die Dark Suchtis Armee. Und ich würde sagen, dann fragen wir mal. Will wer zocken? Also der Club ist mir jetzt schon sehr sympathisch, muss ich hier sagen. So, dann bin ich mal gespannt. Dark Suchtis. Alle in diesem Club sind Ehrenmänner. Ich, ja klar. Okay, Brudi Ehrenmann. Dann laden wir den doch mal ein. Tom 12 war das hier, glaube ich. So, Brudi, was geht? Dann nehmen wir doch mal Duo Showdown. Und ich würde sagen, wir nehmen doch mal Shelly. Und gehen auch schon sofort in die erste Runde hinein. Mal schauen, was hier alles die gute Dark Sucht die Armee reißen kann. Dann, hier ist schon mal ein Rico. Ich muss ehrlich sagen, ich zock so gut wie nie Duo Showdown. Also ich glaube, der gute Toon 12 denkt sich auch schon so, was ist denn das für ein Keck hier. Aber okay, hier ist ein Rico, der alleine ist. Okay, scheiß Boxer, wir sandwichen den mal. Brudi, was geht ab? Nein, nein, nein. Was machst du denn, Brudi? Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was hier seine Mission war, Brudi. Ich helfe dir, Ulti reinhauen. Come on, come on, come on. Kriegen wir den? Nein, 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 nein. Unterschätzung am Start. Nein, Toon 12. Verletz mich nicht. Nein, hau einfach ab und schieß nicht. Okay, also ich glaube, er hat zwar eine Star Power, aber es ist nicht der krasseste Spieler. Noch eine Sekunde. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich lebe. Ich lebe. Toon 12, wir schaffen das. Come on, wir sind futter. Und ich bin wieder tot. Geil, dann würde ich sagen, verlassen wir den Club mal hier. War schön mit der Darksucht, die Armee. Ich zieh dann mal weiter. Abonniert Pocket Gamer Doppelpunkt P. Oh Leute, ich kam auf eine geile Idee. Es gibt doch sicherlich irgendeinen Fake Club von mir, oder? Also damals gab es den Club, der auch Analysierer hieß. Da können wir mal schauen, ob es den immer noch gibt. Und Analysierer. Das wäre richtig nice, Leute. Hier sind vier Clubs. Okay, Analysierer. Wir sind cool. Der letzte wird gekickt. Okay, sieht jetzt nicht ganz so toll aus. Und ich glaube, der ist auch inaktiv. Das hier ist mein eigener Club. Okay. Aber was ist denn das hier? Analysierer 2? Offizieller zweiter Community Clan von Pocket Gamer. Mittlerweile eingestellt. Ähm. Ich hatte mal einen zweiten. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt meiner ist. Wir treten hier mal bei. Okay. Die sehen jetzt auch nicht mehr so aktiv hier aus. Deswegen verlassen wir hier auch mal wieder. Dritter Fan Club von Pocket Gamer. Oh. Und ich muss hier sogar eine Betrittsanfrage schreiben. Dann würde ich sagen, Pocket Gamer ist ein Ehrenmann. Da würde der Gute sich sicherlich drüber freuen, wenn ihr das hier sehen würdet. Und dann würde ich sagen, joinen wir dem hier mal. Okay. Hier sind sogar sehr viele gejoined. Oh mein Gott. Die dachten halt wahrscheinlich echt alle, dass das mein echter Club ist, denke ich mal. Dann verlassen wir hier auch mal. Neuer Tag. Neues Glück. Dritter Schilling ist zurück. Auf jeden Fall. Ich bin hier jetzt im Klaren Lost Boys. Der ist sogar, glaube ich, in der Top 10 Österreichs gewesen. Äh. Okay. 16. Platz. Geht trotzdem. Klar, würde ich sagen. Und dann fragen wir hier auch mal nach. Möchte wer zocken? Und dann würde ich sagen, warten wir. Bis gleich. Okay, Leute. Da antwortet jetzt leider keiner. Wundert mich ein bisschen, weil es sind ja elf Leute on. Aber wir können hier mal wen einladen. Vielleicht nehmen wir hier unsere Anfrage an. Wäre auf jeden Fall ganz nett. 2.000 Jahre später. Yay, Leute. Es ist wieder gejoined. Dann schreiben wir mal sofort hi. Und gibt es hier ein bisschen mehr Chat. Achso. Okay. Die haben jetzt noch einen Moment bitte hinzugefügt. Ich glaube, das war davor nicht da. Dann zeig mal, was du kannst. Du bist assi. Was ist für ein Name, Leute? Schreibt man so assi oder bin ich jetzt doof? Okay, Shelly. Du schießt gegen die Wand. Ja. Also, ich glaube, ein Pro macht das auf jeden Fall auch so hier. Und wieso verfolge ich die gerade, Leute? Die Jessie. Die Jessie. Die Jessie. Die Jessie. Oh mein Gott. Scheiße. Oh. Weg mit der Pille, Leute. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. War das close. Erstmal weg mit dem Ding. Noch weiter weg. Weiter weg, Leute. Oh. Hätten wir jetzt unsere Ulti, hätten wir sogar durchboosten können. Oh, 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 oh. Die Wand ist offen. Das hat der Pro hier gar nicht mal so schlecht gemacht. Aber, Leute. Kein Ding für den Lost Boy Clan. Ulti. Ähm, ja. Das war's dann mal wieder komplett an der Stelle. Ich finde irgendwie, die Map ist ein bisschen seltsam. Ich hab gestern ganz viel Ballball gezockt. Und auf jeden Fall, da war das Match meistens so noch 30 Sekunden um. Und auf der Map hab ich heute schon mindestens fünfmal jetzt ein Unentschieden gehabt. Check ich's gar nicht. So, Jessie, du bist jetzt endlich tot. Oh, wo ist der Ball, Leute? Wo ist überhaupt der Ball? Hä? Ach, da ist der Ball. Ich bin lost. Ich dachte gerade ständig, der Ball war irgendwo hier am Tor. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Na, hä? Wieso ist der Ball nicht weg? Ich hab den noch weggeschossen. So, scheiße, noch neun Sekunden. Oh, mein Gott. Dieser Pfosten. Ehrenpfosten. Willst du mich heiraten? Bro, willst du mich heiraten? Grüße gehen raus. Verlängerung am Start. Schaffst du das? Schaffst du das? Einen schönen Schuss. Oh, schade, Leute. Noch 20 Sekunden. Es gibt kein Durchkommen. Oh, die Shelly ist auf K. Ist das vielleicht unsere Chance? So. Speed Boost. Nein. Oh, nein. Nein. Und die Tara hat nicht mehr was abbekommen. Ich hab's umsonst gezündet. Ist meine Ulti noch da? Ne, die ist weg. Was war denn das jetzt, Leute? 4 Sekunden. Ne, 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 ne. Okay, das ist ein Unentschieden. Nova Electro Loyalität. Aktivität. YouTube. Dr. Bunny ist sicherlich ein guter YouTuber. Gerne auschecken. Dann fragen wir hier auch mal an. Wieso haben die eigentlich einen Dynamike im Team? Ich hatte eben auch einen Dynamike. Der war aber eigentlich gar nicht so scheiße. Nein, die Wand ist auf, Leute. Ähm, ja. Ach, das schneiden wir jetzt mal raus an der Stelle. Bolbi, lass mich nicht im Stich, Brudi. Ah, das geht ja schon mal sehr gut los an der Stelle hier. Ich glaube, Bibi ist aber auch nicht der Beste. Weg mit dem Ding. Okay, das haben wir noch gut getroffen. Nein, 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 nein. Kriege ich noch meinen Speed Boost irgendwie hin? Ne, ähm, ja. Ja, ja, ja. Toll. Damit würde ich dann sagen, ähm, ich hätte jetzt wieder Underdog sein müssen. Der Max hatte doch 600 Pokale und nicht 300. Was geht da ab, Leute? Dann würde ich sagen, verlassen wir hier mal und gründen jetzt nochmal hier entspannt unseren eigenen Plan. Familienfreundlich. Wenn du die Kategorie deines Dubs als Familienfreund nicht festlegst, öffnest du ihn für Spieler jedes Alters. Wenn du diese Einstellungen aktivierst, kann sie später nicht mehr deaktiviert werden. Was heißt denn das genau? Kann sonst ein 9-Jähriger nicht joinen oder wie? Hm, also ich glaube, YoOli wird diese Funktion gefallen. Offizieller Community Club von Pocket Gamer. Wer drei Tage inaktiv ist oder spamt, fliegt. Viel Spaß. Okay, dann würde ich sagen, Typ offen lassen wir so. Benötigte Trophäen machen wir mal auf 16.000. So und Clubstandort fast auch so. Dann gründen wir den Spaß mal. Und falls ihr aktiv seid, könnt ihr auch gerne joinen. Damit würde ich aber sagen, ein Like gleich ein Platz mehr im Club. Damit würde ich mich wie immer über Like, Abloge freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao. Wenn du die Kategorie familienfreundlich... Wenn du die Kategorie deines Clubs als familienfreundlich festlegst, öffnest du ihn für Spieler jedes Alters. Wenn du diese Einstellungen aktivierst, kann sie später nicht mehr deaktiviert sein. Wenn du die Kategorie deines Clubs als familienfreundlich festlegst, öffnest du ihn für Spieler jeder Alters. Geh doch. Oh mein Gott. Also, wenn du die Kategorie deines Clubs als familienfreundlich festlegst, öffnest du ihn für Spieler jedes Mal. Also, wenn du die Kategorie deines Clubs als familienfreundlich festlegst, öffnest du ihn für Spieler jedes Mal. Sprachen lernen. Babbel.